rolle ich mal schön hinter der deckung das würde ja auch nicht helfen meine güte was war denn das bitte ressourcen konvoi abgefangen und in 40 sekunden haben wir sogar schon unser extra leben zurück meine güte wow 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 alarm stufe vier mehr geht ja nicht mehr geht ja nicht hatte ich ja in der letzten folge anders vermutet gehabt ich dachte wir level den kontrollpunkt auf level 5 aber jetzt jetzt wird es lustig das ist somit das schwierigste was man hier in division 2 oder generell in division solos spielen kann denn alarm stufe 4 kontrollpunkt heute heute meine güte so ist alles aufgeladen ja geschützt sie drohnen die quatsch stocki heißt er stocki habe ich ganz vergessen ist jetzt offiziell der name für unseren drohen stock stocki ich sollte vielleicht erst meine kumpels hofen bin sehr froh dass man mehrere möglichkeiten hat diesen kontrollpunkt abzuschließen also das letzte mal war es jedenfalls so da rein müssen wir dann sollte ich hier geschützt hier noch nicht aufbauen aber allzu lange sollte ich auch nicht warten ja es geht los nur noch ey 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 brenne ich brenne ich nein ich brenne nicht sie kommen von allen seiten wieder so unfair ich muss geschützt hier auspacken kommen wir sonst gar nicht raus weg feuer ja allein das auto was das an was das verträgt das ist so unnormal so unnormal oh gott alles cool wir haben noch ein medikit weil die jungs sind auch da und mädels jungs und mädels stolze krieger der division so schritt für schritt bekämpfe uns nach vorne der zieht du allah bullet sponge du der zieht wir müssen jetzt so viel auf einen einballern er hätte das gedacht so ob wir sollten mit geschützt sie ein bisschen weiter nach vorne gehen oder kann ich hier noch einer wischen eventuell ich sehe keinen ja doch wir müssen mit geschützt sie weiter nach vorne brauchen medikit verflucht da sind wir doch einfach das oh gott wir gehen wahrscheinlich gleich wieder die muni aus dann müssen wir ein auge drauf haben das ist uns das letzte mal passiert und nähern und nähern ja ihr habt ihr habt leicht reden ihr seid auch einfach nur npcs ihr stoppt zwar auch aber euch tut das nicht so weh wie mir stirbt du krank ist wie bitte keine bösen wörter ich muss mich aufladen meine güte und schon haben wir kein medikit mehr glaub hier steht unser geschützt sie ganz gut ich habe das ziel verloren komm raus es reicht jetzt wirklich da kommt noch mehr da kommt noch mehr ach ja ich habe ja noch ein granatwerfer den kann man auch benutzen wir müssen wiederbeleben wir müssen sie wiederbeleben aber nicht jetzt das würde nicht cool kommen jetzt oh das dauert viel zu lange dumm 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 weg nicht cool nicht cool ich hoffe ich kriege irgendwo medikit das hat ja richtig was gebracht sie wieder zu beleben ist ein medikit wie der war noch nicht dabei oh gott oh mein gott wo ist das auto wo ist es das hässliche auto kommt dann neue von unserem trupp ich hoffe doch mal irgendwann weg 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 oh gott ist aus die autos dort unterwegs hier sehe ich sehe es nicht ich sehe es nicht kommt mich holen geht kaputt geht kaputt nein es ist zu krass einfach mal zu kratz einfach zu hart mit medikit medikit nein nein alter ich hatte dich so sehr stürm alles cool alles cool hey 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 da ist ja noch einer ich kann jetzt nicht spielen das geht nicht ich brauche medikit bitte 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 was hinter mir her medikit oh gott da ist noch eins wir brauchen das krank einfach nur krank kommen da nicht noch welche von uns oder muss ich jetzt ganz alleine spielen ja äh ä ä ä ä ä ä ä komm schon kommt schon was darf ich noch mal können wir die von hier nicht treffen ungünstig sehr ungünstig granaten sind ein freund gut sehr schön schritt für schritt ja da war der sweet spot ja 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 sehr schön genauso nicht anders erst ihn und dann und dann den den komischen agon hier nein nicht schon wieder brauchen medica was war denn das bitte so jetzt auch nein jetzt brennst du auch noch kontrollpunkt gesichert sehr schön ich freue mich komm 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 sind wir noch mehr von uns die wiederbeleben kann das wird verdammt schwer das wird unmenschlich schwer worauf habe ich mich da nur eingelassen hoch hoch schneller schneller aber wir müssen dann wieder runter gehen klasse und er liegt wieder was auf einmal steht er dir direkt vor unserer nase ganz vergessen wie schön das ist hier in level 4 kontrollpunkt zu spielen das nur standard gegen ja das ist verstanden dagegen nein stopp 3 oh mein gott oh mein gott okay wir haben noch ein extra leben wo kam das hier wo kam das hier hoch 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 und rüber oh ja diesmal haben wir wirklich nicht so viel glück wie beim letzten mal erscheint wirklich all unsere truppen ausradiert worden zu sein die die dorthin geschickt wurden kein grünes fleckchen mehr ja diesmal scheinen wir wirklich nicht so viel glück zu haben wie beim letzten mal wir haben ganz schön auf den sack gekriegt ich probiere das jetzt noch mal ich hoffe dass vielleicht früher oder später da noch ein paar von unseren truppen nachrücken aber ich glaube nicht wirklich dran mal gucken aber erst mal müssen wir uns den weg wieder dorthin waren brauchen unsere hilfe natürlich krass hier in diesem gebiet brauchen wir sind dicken zu haben na 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 los ziehen wir uns doch einfach durch mann sehr schön wunderbar nicht beanspruchter kontrollpunkt er steht also quasi noch in der in der schwebe ja hier lang bitte ich kann euch echt gut gebrauchen ihr kommt da noch mit das ist jetzt noch mal der gleich kontrollpunkt mit allen wachen noch mal von vorne probieren wir es doch einfach mal aus probieren wir es doch einfach mal aus sind wieder so viele gegner da dumm nicht nachladen wenn die angerannt kommen wir müssen sie diesmal wirklich beschützen glück gehabt immer schön mit den eigenen truppen zusammenlaufen na verdammt die hat nicht gesessen oder dort sie sie hat ihre wirkung nicht verfehlt öffnen r .... und rüber rüber, rüber 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 Was ist das? Okay, wir sind noch so halbwegs vollzählig, das könnte was werden. Nein! Alter, habe ich ein Schwein? Habe ich ein Schwein? Oh mein Gott! Naja, gut so halb, so halb zumindest. Oh mein Gott! Ich hatte Schwein, bis gerade eben. So, vorsichtig jetzt. Nochmal mit Vorsicht genießen alles hier. Das ist echt hart. Das ist wirklich hart. Ich habe Glück gehabt. Ich habe beim ersten Alarmstufe 4 Kontrollpunkt wirklich Glück gehabt. Aber man kann nicht immer Glück haben. Und sollten wir es diesmal nicht schaffen, sollten wir es wirklich diesmal nicht schaffen, dann wird das sicherlich nicht das letzte Mal sein, aber dann würde ich die Kontrollpunkte nur bis Level 3 auffüllen. Also, naja. Alarmieren, meine ich natürlich. Mich auffüllen. So. Geschützi. So, halbwegs mittig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe kein extra Leben! Oh, so ungünstig! Lauf! So krank! So krank! So krank! So krank! So krank! Oh! Nein! Ich habe kein extra Leben! Rette mich! Rette mich! Rette mich! Nein! Also, ich glaube wir haben jetzt gerade keine Chance. Kommt einer zu mir? Nicht wirklich, ne? Oh, so schade. doch da ist noch einer von uns komm her ich verblute ich verblute nein wir müssen wir müssen uns hier noch mal rein beam auf jeden fall es ist wirklich 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 schwer alleine einen alarmstufe 4 kontrollpunkt zu spielen man stirbt auf jeden fall aber ich bleibe dabei es ist es ist wirklich machbar wir müssen uns halt noch ein bisschen besser spezialisieren das wird schon noch am nächsten mal ziehen wir es durch ohne einen tod aber heute ist das nicht heute sterben wir vielleicht noch mal aber nur vielleicht aber auch nur vielleicht so die halten aber auch aus mein lieber schauli stop nein 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 zurück wechsel bitte meine güte habe ich fast stocky stocky fast weggeschmissen das muss nicht sein hier läuft nur einer rum krass habe ich ein schwein gab dass er hier verbrannt ist so schön dass diesmal ein paar mehr hier stehen und die halten aus meine güte das ist so über krass aber es ist in ordnung selbst mal hatten täter ja sprengen die schöne luft mein freund feindliche anführer entdeckt wo ist er denn wo kommt er denn her um den kümmern wir uns später das war es keine granaten mehr aber wir haben gut geschwächt aber der macht mehr gerade mehr sorgen nein komm echt jetzt wirklich okay 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 sieht gut aus sieht noch gut aus nein deckung deckung oh mein gott wir haben es geschafft sehr schön okay dann ist das nicht so dann dann ist es ist es nicht so dass die kontrollpunkte die angriffe zurückgesetzt werden und man bekommt neue truppen man muss halt noch mal neu ansetzen für sich persönlich aber die die eigenen truppen die bleiben hier schön stehen gar nicht mehr so verkehrt wir bleiben dabei es ist spielbar man muss halt die zähne zusammenbeißen und da ordentlich ordentlich zu packen krass immer wieder krass immer wieder ein erlebnis und wir haben ganz klar verbesserungspotenzial beim meistern der kontrollpunkte auf alarmstufe vier aber naja ich habe ja auch gerade erst angefangen mit division 2 deswegen ist das alles noch verschmerzbar hier habt ihr was zu essen das habe ich extra für euch gesammelt und dann spiele ich die tagesaufgabe ich glaube das war ein space center oder so